Ich freue mich auf meinen Vortrag zum Thema IoT und Standardisierung Ein Widerspruch am 18.10. bei Austrian Standards Ich lade Sie ein, zum Dreistand zu kommen und sich unsere Lösungen im Bereich von 3 Business Cloud, M2M und IoT anzusehen. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit unseren Experten zu besprechen, wie Ihre persönliche Digitalisierungslösung aussieht.